So, ich würde sagen, wir starten als allererstes mit der Classic. Ich habe auch gerade direkt den Anhänger ran gemacht von der guten Viper. So sieht die Waffe aus. Wie gesagt, ist das Standard-Model. Ich mag den Anhänger ganz gerne. Aber wie gesagt, hier haben wir Aris. Und zwar ist das die von Raze. Sieht auch ganz süß aus. Mit dem Raze-Kopf da unten an der Waffe dran. Ja, und ansonsten halt noch unseren Anhänger. Operator Sova. Auch der Anhänger ist wieder dran, selbstverständlich. Ich habe es schon gesagt. Ich finde, das ist mit Abstand der coolsten Skin tatsächlich. Neben unserem Knife. Ich finde, die Waffe hat was. Die sieht sehr, sehr stylisch aus. Die Farben sind ziemlich cool, ziemlich clean. Und jetzt, meine Freunde, sind wir beim Butterfly. Ah. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.